Koffer die angeschossen von überall wird er angeschossen dass er noch nie sein Anwendung du hast die Kohle weg ich war auch nicht auf immer das gut geht und freut mich runtergefallen die zwei nicht aber trotzdem ich will helfen das ist schön schlau wenn man verpackt und in Wasser zu stellen Prozent dann Kohler bauen Euro wo bis zum Kohlabau auch nicht zu drinnen bisher nicht im Wasser die Quelle oben zu bauen das ist nicht so nett und welchen ja wenn ich die Quelle zu bauen glaube ich er hat Tomi der Regel an der Beine Akin Morgon läuft um und ich glaube ich mache immer schlimmer Brüder wir dann haben nicht mehr fünf Prozent Rügel Rügel die Stabilität Daniel ich habe seinen Namen gesehen und sogar gelaufen so nah er wurde sie jetzt so hoch wir wollen schon auch er ist also wieder da wohl verbarbar war die Faktwelle weil ich habe gehofft Leipzig das ist ein bisschen ja ich die beiden Wochen da wird gut wir ihn mit der Formel ist sicher so auf dem Punkt als er nicht so folgsthaft am überleben aber in der Entschuldigung Koppel 5 und der Untergrund das war mein Kollege Kappel und auf die Fliefer zu laufen und wenn was auch in der Nähe hier doch die Erbauer hier läuft ich überlege buchst du bist aber da bist du versteckt ich bin von der Höhle mann wollte ich holen ich bin ich bin von mir selber geschlagen äh Creeper 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 faft ich weiß nur zwischen wo bist du ach der hat sich ja immer eingemauert ich hatte nur noch ein Herz und na Franz bleib herkomm äh ich weiß nicht was das das war eine Falle wo kommen die her war die auch mit dir bei dir bloch eh 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 he 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 ich hab ein Skelett äh wo bist du heiner na mein Kleiner äh Müll wegwerfen äh äh na das soll ich eigentlich nicht war gerade noch irgendwo aber da war sie jetzt nicht mehr wie ich da hinkomme äh das soll so passen äh dann kommt nur wieder eine Ebene tiefer äh ja zu k 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 eine Kiste wollte mich verarschen und bleibt einfach genau da habe ich hier tausende von Zombies getötet für was gar nicht ich finde dich nicht doch für verrottetes Fleisch ich bin enttäuscht von dem Minecraft da müssen wir zuerst die B die nach nach Brecken Hallo wo 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 wissen du habe ich mich gerade eingebaut die Hälfte Goldbretter hier ist das Börner ohne jegliche Kisten jetzt kaputt verlangt er ist ich finde ich nicht cool immer mit Korn mit ihm muss er ausseiten Kompetenz erlauben hier zu verlaufen Prozent wir sind eben weil das hier lang dann hier holen holen wo bist du ich hab dich verloren um ab wieder zurück da wo du dir ein da hier Rettel auf ihn anzuspucken hier wo ich glaube auch vergewaltigt wieder von ihm die den Namen wir haben ihm auch hier so war schon mal bald Olehens weiter Oma Prolex wird auch nicht mehr Prozent dann ein Glas der Hunde geschlagen Nelus explodiert und wieder auf und da fängt er an die Läge oder geht noch weiter hier das ist ein weiterzapptes Höhlensystem die Kirche für Kohle und Eisen Schösser Ritz und das macht eh keiner Musik in der langweiligen Welt so tonlos Osamu Ries ist schon scheiße, wir können auch zu uns bauen, wir können zu dritt Höhlen-Tour machen ich muss ein paar Sachen hier nicht machen Team-Tour noch nie, ne bis jetzt weil bei mir entweder mal alles geleckt hat oder ne nicht ein bisschen mehr wenn ich hier ich habe die Spitze Schütze, das hat wen getragen die Leute, äh ich recht zu links, nein so was machen wir nicht ich links und du auch links ich mit mir das hat hier man ja auch finden wir bestimmt noch sind dafür 25, das ist so wahrscheinlich aber noch tiefer passt es nur auf meiner Fahre waren wir waren die Höhlen sind wiederholend hergekommen er will mir auch bekommen soll ich selber wegen Graben deswegen müssen ja den natürlichen Wegen folgen Kronenze von Hafton und Eisen ich hab jetzt 4 fast 5,6 Kohle jetzt gefahren Oh, 11, wo ist er gelaufen? Ah, ja ok, hier geht's weiter Oh, geht's nicht Oh, noch ein Microleckart das kann ich noch wegschmeißen Oh, ich weiß was macht der hier gerade wieder Fax noch Zähne Jofi Kies das können wir auch mal mitnehmen für die ganzen Wege die wir bauen oh, johann war Black fucking Minecraft jetzt wieder so Alter aber ist scheiße ich kann gar nichts machen ich muss wieder diskonnecten auf dem Game und wieder reconnecten, man geht gar nichts hier eine Rückmeldung von Minecraft ne, es ist auch mal die Tierschaft kaputt gegangen ich stehe da noch ne, ich bin ja und ich gehe davon aus, dass du mich warst da war der Beschützende du stehst hier? ich ja, du stehst da wieso ein was sagen wo bist du hergegangen, da gibt es nichts mehr dann muss man den rechten Weg nehmen